Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag, logischerweise, wenn das Video hochgeladen ist und wir machen heute Acrylic Puring nach langer Zeit wieder. Ich habe nämlich eine Sets gesehen von Marabu und ich fand das gar nicht so schlecht, wenn dort die Sachen, also ich bin ja mal ein Fan, ich teste ja ganz viel aus, funktionieren die Sets so, wie sie angeboten werden und ich mag Marabu eigentlich sehr gerne, die haben schöne Sets manchmal und ich dachte mir, ich probiere es einfach aus und ich habe mir zwei Sets geholt, ich werde jetzt heute aber auch nur das eine Set ausprobieren, einfach weil es, wie gesagt, für mich ist halt immer das Ganze noch ein bisschen ein Nebenhobby und weil ich ja einen Hauptjob habe und dementsprechend ist das dann für mich auch vollkommen entspannt. Ich zeige euch das Set gleich. Ihr habt schon gesehen, ich habe Handschuhe angezogen. Ich finde das immer ganz wichtig aufgrund dessen, weil die Farbe natürlich auch so ein bisschen, man bearbeitet die ja danach noch, also unbedingt Handschuhe mit einplanen, die waren jetzt im Set nicht mehr drin, aber ja, das sind die vier Farben, die im Set sind. Das ist eine Art Ocean Set, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich fand jetzt die Farbkombination gar nicht so schlecht, habe die Farben also erstmal alle vorbereitet, die waren jetzt eben auch zu, ich musste den Deckel da noch abmachen und allem drum und dran und dann ging es eigentlich auch schon los. Es gibt ja unterschiedliche Techniken, wer so ein bisschen auf meinem Kanal so ein bisschen unterwegs ist, der kennt ein paar von den Techniken schon, ich nutze ja ganz viel gerne diese Farbeschichten im Becher, finde ich immer eine mega Kombination. Diesmal habe ich was anderes gemacht, ich habe es einfach, damit die Farben einfach auch so ein bisschen anders nochmal geschaut werden können, habe ich tatsache erstmal farbige Linien gezogen, zeige ich euch gleich im Einzelnen. Ich habe auch nicht ganz so viel jetzt das Ganze schneller gemacht oder langsamer oder wie auch immer, also da einfach, ich glaube, das ist ein gutes Tempo, was ich diesmal gewählt habe, ohne euch irgendwie Sachen rauszuschneiden, sondern einfach wirklich einfach auch zu gucken, ihr könnt noch was sehen und könnt den Schritten halt auch folgen. Diese Acrylic-Purien-Geschichte heißt ja auch immer so ein bisschen, dass da diese Zellen sind, die ich euch eben auf der Verpackung auch gezeigt habe und ich kann es auch schon vorwegnehmen, ich finde das Set mega und die Zellen sind auch so passiert, ich liebe es wirklich sehr und dadurch ist es für mich, glaube ich, ein Set, was man so auch gut nutzen kann zum Ausprobieren, zum Schauen. Ich glaube, irgendwann sind wahrscheinlich größere Flaschen schön, wenn man dann einfach sich mit größeren Kunstwerken auseinandersetzen möchte und aber so erstmal für den Anfang finde ich das Set gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach ein paar Linien immer gezogen mit jeder Farbe, war für mich jetzt freie Schnauze und dementsprechend, wie gesagt, auch das durchschöne Dunkelblau finde ich mega schön und es hat auch einfach einen ganz, ganz, ganz schönen Effekt gemacht. Und ja, diesmal verlasse ich es wirklich verlaufen. Ich habe es auch mit dem Saber noch dazu genommen, auch das zeige ich euch natürlich, das hier im Video auch zu sehen, wie ich es mache. und das hatte ich schon mal mit einer Feder gemacht, so in der Art und ich fand die Feder oder finde die Feder mittlerweile immer noch mega schön und die steht bei mir auch noch im Schlafzimmer, weil ich die wirklich echt schön gelungen fand und bin da auch der Inspiration. Ich habe es auf YouTube bei jemandem gesehen und finde die so, so schön geworden. Und hier das Weiß, das ist immer so ein bisschen, das nutze ich halt unglaublich gerne einfach zum Neutralisieren. Man braucht ja eine gewisse Masse auch an Farbe, damit sich das Ganze so schön miteinander vermischt. Und mein Problem ist ja meistens, das habe ich auch in den anderen Videos immer gesagt gehabt, ich nehme oft zu wenig Farbe. Diesmal hat es eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich mal sagen, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ist natürlich immer schwierig zu handeln. Ich bin da jetzt niemand, der jetzt so extrem zu viel nimmt. Das habe ich noch nie gerne gemacht und werde ich wahrscheinlich aus meinem Muster auch nicht wirklich rausgehen. Aber ich lasse die Farbe jetzt auf jeden Fall erstmal verlaufen. Ein bisschen, damit so ein bisschen schon mal Muster reingeht und das Ganze dann so ein bisschen sich verteilt. Das ist einfach so das Spannende bei Acrylic Poring. Das ist so ein wunderschöner Prozess immer. Das hat was von Epoxidharz, wo man nie weiß, wie es wirklich aussieht. Man weiß auch nie, welche Farbe sich jetzt in dem Ganzen durchsetzt. Klar, es gibt die Profis, die sehen das sofort. Ah ja, das muss ich jetzt so und so machen, dann kommt die Farbe mehr raus. Ich nicht. Und ich glaube, das passiert ganz vielen Menschen und die Ergebnisse sind auch so individuell, weil die Farben einfach so fließen, wie sie gerade wollen. Oder wo man sie hinschubst. Aber man hat, also ich zumindest, immer nicht ganz so viel Kontrolle, wie ich es mir vielleicht manchmal wünschen würde. Aber wie gesagt, ihr werdet sehen, das Ergebnis ich mag sehr. Ich liebe es und freue mich da eigentlich, dass ich das Set geholt habe. auch mit dem, ich struggle ja manchmal, dass diese Zellen halt entstehen können, weil ich manchmal mit dem Silikonöl nicht ganz so gut klarkomme und das Ganze dann nicht ganz so schön wird. Aber wie gesagt, das ist eine unglaublich schöne Sache. Und hier habe ich jetzt dann nochmal mit ein bisschen Zeva das Ganze dann versucht, eine andere Art von Muster mit reinzubekommen. Ihr werdet es gleich sehen. Wie gesagt, ich mag es sehr. Ich finde es schön. Und man sieht dann auch schon, wie die Zellen sich dort bilden und dass da einfach so etwas Wunderschönes passiert. Ich hatte zwischendrin gedacht, okay, die eine Seite hätte ich vielleicht jetzt so nicht machen sollen. Aber das war dann auch vollkommen okay, so wie ich es gemacht habe. Weil wie gesagt, ich mag das Ergebnis. Ich nutze ja, wie gesagt, ich teste unglaublich gerne so Sets, einfach ob sie funktionieren. Und dadurch hat sich dieses Set einfach angeboten. Ich habe, wie gesagt, von Marapu 1, 2, 3 Set schon. Es gab auch ein Set, was nicht wirklich gut funktioniert hat. Und das habe ich aber auch als Video nicht weiter hochgeladen gehabt. Entschuldigung. Da hat sich meine Stimme gerade ein bisschen verabschiedet. Ich habe keine Ahnung, warum. Dabei habe ich gar nicht so viel geschwatzt. Ich spreche jetzt einfach weiter und ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Frosch da jetzt gerade drin ist. Oder was auch immer meine Stimme gerade der Meinung ist. Also singen werde ich heute nicht mehr. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Und das kam von jetzt auf gleich. Also keine Ahnung. Ich habe es jetzt im Moment versucht, das Ganze anders zu machen. Aber es sollte jetzt so sein, wie es ist. Und ja. Ansonsten, ich lade ja mal sonntags meine Videos hoch. Ich freue mich da eigentlich immer auch drauf. Weil ich einfach ein paar Sachen auch, ich nenne es jetzt mal vorgedreht habe. Ich schmeiße ja immer die Kamera an, wenn ich Bock auf Basteln habe. Weil ich euch natürlich da in meinem Bastelalltag dann einfach mitnehme und Dinge ausprobiere. Es gibt Dinge, die ich euch leider vorenthalte, weil die einfach so blöd geworden sind. Und klingt das blöd? Ja, wahrscheinlich. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich mag es dann nicht zeigen. Aber es gibt halt auch Fails, die zeige ich euch natürlich einfach, weil es von der Handhabung her, von meiner Seite her, was falsch gelaufen ist. Und dementsprechend zeige ich es euch ja dann trotzdem, damit ihr einfach eine Chance habt, die Fehler zu vermeiden. Und wie gesagt, hier seht ihr schon, ich liebe dieses Ergebnis, weil das sowas Schönes, Individuelles auch hat. Und ich werde es mit dem anderen Set auf jeden Fall auch ausprobieren, weil das einfach auch schöne Farbkombinationen sind in dem Set. Und ich wünsche mir natürlich immer, dass die Flaschen irgendwann auch viel größer werden, einfach weil ich vielleicht auch gerne mal eine größere Leinwand nutze. Diesmal habe ich so einen Malkarton genommen. Ich finde die mittlerweile sehr, sehr schön. Es muss nicht immer eine Leinwand sein, sondern es kann auch ein Malkarton sein. Und hat sich also sehr gut damit gemacht. Übrigens Sonntags lade ich auch. Also nach dem Video, jetzt dann einfach nur ein bisschen später, vier Stunden später, kommt dann immer ein Musikvideo. Entweder was, wo ich vielleicht am Wochenende weg gewesen bin, also Freitag oder Samstag, dann wird das mit hochgeladen. Oder halt eben eine Konserve, wo ich halt die Lieder einzeln hochlade. Und weil die Gesamtvideos lade ich immer zuerst hoch und irgendwann dann immer so Schritt für Schritt werden einzelne Lieder hochgeladen. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen, nicht jeder mag immer zwei Stunden Videos schauen, sondern dann sind es die Lieder einzeln und jeder darf sich das Lied raussuchen, was er gerne sehen möchte. Oder hören. Je nachdem. Ich habe mir ja immer eine, ich muss meine Playlist mal wieder aufräumen. Ich mache, wenn ich zum Beispiel Musik hören will, ich höre mir oder sehe mir ja auch gerne die Videos selber auch immer nochmal an, weil es eben Erinnerungen für mich sind. und dann mache ich es einfach in die Playlist und dann kann ich die alle durchspielen und dann freue ich mich da einfach auch sehr drüber. Ja, ich habe das jetzt aktuell noch so ein bisschen liegen gelassen dort, damit ihr so ein bisschen seht, wie es da aussieht. Und ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal das getrocknete Ergebnis. Ich finde das Set super, also dementsprechend freue ich mich da dann einfach das nächste auszuprobieren. Deswegen auch meinen Daumen nach oben. Und ja, ihr seht jetzt gleich noch das Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt es. genauso wie mir und im Zweifel gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Abo da lassen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr und freue mich, dass wir fast 800 haben und dementsprechend, dass es da einfach schon Leute gibt, die entweder beim Basteln zuschauen wollen oder bei der Musik und liebe es einfach sehr. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei und ich hoffe dann auf ganz bald. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.